In der Hinsicht leider nichts. Wäre zwar cool gewesen, aber Crossplay halt. Hauptsächlich eigentlich Crossplay. Und da habe ich aber auch nur die Tante gesehen gehabt. Aber sonst, nee, nichts. Aber viele kostümierte Beastapart, extrem viele. Pistonarisch. Gefühlt, jeder dritte oder jede vierte ist mit einem Kostüm gekommen. Das war abnormal, wirklich extrem. Extrem viele kostümierte Leute, aber gut. Sehr, sehr gut. One Piece? One Piece? Ah, bei One Piece habe ich das allererste Mal die Stimme von Ruffy gesehen. Da war ich, glaube ich, 20 Minuten zu spät. Ich habe mir da jetzt nicht irgendwie einen Stress gemacht. Oder wollte ihn jetzt unbedingt sehen oder so. Aber ich habe ihn trotzdem gesehen gehabt, wie er kurz bei dem Standl war. Und schon, ich wollte dann keine fünf Stunden warten, damit ich dann wieder das nächste Autogramm machen kann mit ihm oder irgendwas. Also das hätte mich jetzt nicht geschehen. Ja, eine Gear 5. Karte habe ich mir geholt von One Piece Kartengame. Das habe ich mir auch mal geholt. Ich habe mir doch gehabt, auf sowas hätte ich extrem Bock. Hat nur drei Euro gekostet. Gebet, das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Aber Schauspieler oder irgendwas in der Richtung, gar nichts. Nee, dafür ist das hier nicht zu haben. Also dafür ist halt quasi diese Comic-Con halt einfach viel zu... Der hat einfach ein zu wenigeres Budget dafür. Da müsste ich schon sagen, da müsste ich schon, glaube ich, quasi mindestens pro Kart ein Hunni verlangen. Oh, das wäre super. Ach ja, voll, ich hätte das mit den Düngern machen können. Eine Scheiße mit dem K.O. machen. Das wäre ein Hitsch. Wie ist der, oder muss ich sagen, oder nein? Ja, wichtig. Irgendwann habe ich dann noch gesehen gehabt. Warte, du mal wechseln. Richtig oder richtig? Oho, einmal, zweimal. Ja, dann machen wir nur die zwei. Ich habe geschissen. Alter, schöner Karnattenwerfen oder leck' mir wurscht. Das ist geschissen, aber ich sollte, wenn da keine Rolle offen will, losgehen. Das ist immer sexy. Weißt du was? Oh ja, das nehme ich. Und da bist du ein Buller, ich tue kein Arsch. Da ist immer mal hübscher. Bis da, Teiper. Opa. Aha. In der Hoffnung, dass ich in Arsch geht. Wo sie zwar eher weniger glaube, aber noch gut. Oder markiert. Obst. Irgendwas muss ich markieren. Ah, genau. Sehr gut. Boah. Ja, das ist halt das große Risiko. Das Risiko musste ich jetzt eingehen. Das hätte ich jetzt anders gemacht. Das hätte ich anders starten müssen. Habt ihr das Gefühl, dass wir, glaube ich, vielleicht keine Freunde mehr sind? Ich weiß zwar nicht, wieso. Aber ja, sowas wie Schauspiel oder so nix. Ich habe auch geschaut gehabt, Influencer zum Beispiel. War natürlich meine Wenigkeit dabei. Ist eh egal, weil ich schon so bekannt bin und alles. Auf richtig schön abgehoben. Muss ich schon sagen, es war LeFloid dabei. Alles drum und dran. Also, ich weiß ja nicht, welche Uhrzeit oder irgendwas. Also die ganze Crew von LeFloid. Die wären dabei gewesen. Dann, ich glaube, die eine Tante, die was mit Maxify kurz gehabt hat. Oder vielleicht eine Operation mit ihr gehabt hat. Wo sie gemacht haben, so auf Waifu mäßig. Die wäre dabei gewesen. Keine Ahnung, wo die gewesen ist. Vielleicht wäre es ja auch nur bei einer bestimmten Uhrzeit dabei. Das kann schon relativ glücklich sein. Der war aber nicht schlecht. Der Angriff, der war jetzt echt nicht schlecht. So, einmal, zweimal. Super, der dritte schleicht sie wieder. Das ist ein Fick. Das ist ein Fick. Das ist ein Schleicht sie da, ne Hauberger. Geht einmal überhaupt nicht. Wieso ist das Gefühl, dass ich so... Oh, genau wieder. Wurde eigentlich sagen, dass ich das genau jetzt nicht oder nicht aus so einem vierten Haveraner behörte. Geht jetzt so... Geht jetzt mit ihr und kehrt der zu mir? Oder warum will ich das nicht mehr? Geh wir ab. Geh weh. Ja, moin. Servus, grüß dich. Alles Gäste, Palette. Wie geht es dir so? Schön, dass du da bist. Aber war schon... War schon cool. War schon echt cool. Dieses Jahr definitiv besser ist als beim letzten Jahr. Weil das letzte Jahr, da muss ich schon fast sagen, das hat mir da eher nicht so gut gefallen. Es war einfach so dermaßen Rampel voll. Das war... Boah. Boah. Das war schon... Das war schon ungut. Das war... Das war schon richtig ungut. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe... Boah. Digger. Vielen, vielen Dank für die Bits. Kuss, Digi. Kuss. Vielen, vielen Dank. Wow. Da kommt hier rein ins Stream. Haut keinem hier was raus. Dankeschön. 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 Nein, da. Wie ist der Appet und Tschüss. Wegger. So, jetzt schauen wir, dass wir den Großen da noch mehr erhalten. What, what, what? Ich sehe nichts. Das ist Wahnsinn. Die Macht sich so weit noch selber, Mein. Oder das ist die Appet. Oder was? Oh, die kommen immer wieder. Diese Scheiße, das ist extrem komisch. Die kommen immer wieder. Warte, 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 warte. Ich mach's mir einfach. Ich mach's mir definitiv einfach. Oh, hi! Du bleib einmal ruhig. Ich geh einmal auf entspannt. Komm mal durch. Ich lass mir Zeit. Sollen sie halt einfach gefangen sein? Ja und? Gebt's halt beschissenes Leben als wie du gefangen sei? Ja, machen wir mal auf. Sicher. Zeig mal her. Jetzt haben wir ja wenigstens die Zeit dafür. Perfekt. Und? Ah! Jedes Mal, jede Runde was Neues, Alter. Wahnsinn. Ja, machen wir mal den Käfig auf, sicher. Aber wie geht's so stets, Nachtfalke? Was tut sich so bei dir? Ach, das ist nicht das Imperium. Was zockst denn du so gerade aktuell? Okay, aber hol meine Leute da raus. Schlag schnell und hart zu! Ah, eh schon wieder. Bis der Partei zuschlagen, das kenn ich. So, die Frage ist immer so, wer gehört nochmal zu mir? Das Problem hab ich ja schon einmal gehabt. Das Problem hab ich ja schon einmal gehabt. Ich hab mir doch gehabt, das ist ein Haarwarrer von mir, plötzlich geht er auf mich los. Das war super, das war Leihwand. Das war höchstens Leihwand. Geht er einfach auf mich los. Ausnutzen. Gleich aber, wenn dann auf die Roboter. Wenn dann unbedingt auf die Roboter. Bam 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 und tschüss. Das war ein guter Wechsel. Das haben sie jetzt aber auch patched anscheinend. Und normalerweise jetzt scheißen gehen können. Opa! Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ey, 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 ey. Ich bin im Dusch. Verstecke. Hahahaha. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar irgendwo was mitnehmen können. Ach so, der hat wieder Leben. Ach so, ja, wegen unserer Rüstung. Die kriegt ja wieder irgendeinen Scheißdreck. Die kriegt ja wieder 100.000 Blödsinn. So. Sind alle hier oder? Da vorne oder was? Da vorne fighten sie da noch herum. Lauf! Lauf dich, Lauf! Okay, der gehört Gott sei Dank zu mir. Hahaha. Lach. Hahaha. Lach gehört er zu mir. Bis deppert. Das ist der Einzige, der was... Ach so. Muss ich doch kommen. Das ist der Einzige, was überlebt hat. Das wärs gewesen. Das wärs jetzt gewesen, Alter. Bis deppert. Da sollen sich weder mit Rauchen... Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Da muss schon ein bisschen näher ran, Alter. Awww. Bis deppert, Alter. Geil. Hab das. Aber der will da auch nicht. Der will da auch nicht mehr gehen, gell? Einmal. Zweimal. Das sind die ganz, ganz starken, gell? Ja. Das sind die ganz, ganz starken, gell? Das sind die ganz, ganz starken. Ja. Awww. Awww. Aber wie das Ding immer wieder ständig explodiert hat. Das ist ja Wahnsinn. Nachdem man upgrade bis deppert. Awww. Seitdem wir ihm in die Quere gekommen sind, geht's Lero gegen Rebellen vor. Tauscht uns gegen Einfluss. Awww. Ich versuch das Spiel sogar durchzuspielen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ich kann zwar nichts versprechen oder irgendwas. Vielleicht nach vier, fünf Stunden würde ich das Spiel dann doch vielleicht doch mal wechseln oder irgendwas in der Richtung. Aber ich sag's einmal vorsichtig einmal. Einmal sicher mal bis eins oder zwei in der Früh. Ja. Würde ich schon sagen. Kommt wahrscheinlich so hin. Du hast heute viele Leben gerettet. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Droiden und eine Crew ohne Schwerbeweg. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Redikat. Bis später. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es Andy 5 gut? Beeilen wir uns. Ob es ihm gut geht, ist wieder eine andere Frage. Wir sollten sich auf alle Fälle beeilen, wenn das letzte Mal war schon... nicht so überraschend. Hast du ruhige Hände? Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Geh. Du hältst den Fals rum. Oh. Beginnt schon gut. Beginnt schon mal richtig gut. Da bist der Eppert. Ende. Ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat. Gedeck. Lass los. Kay? Ist die Hand noch dran? Kay? Frage für ein Freund. Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedeck wollte einen Droiden kapern. Aber der geriet in Panik. Und löste Alarm aus. Du weißt davon? Ich hab noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedeck hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedeck kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Dir geht's gut. Hab ich dich verletzt? Na, wenn schon. Du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalens Handball, so bin ich nur ein Kampftruide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Nett. Ich war dagegen. Na, schau. Hey, Kay. Oh. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja. Und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Oh, geil. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Keine Plotis. Okay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und dein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Tja. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Oh. Hat was. Hat was. Hat was richtig starkes. Krass. Was willst du hier? Jill meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und, äh, Rebellionen sind teuer. Ah. Na gut. Cool. Ich glaub, die Crew ist vereint. Neues Crewmitglied. Neues Crewmitglied. Alles klar. Ah. Hauptquiz. Sehr gut. Gibt's vielleicht sogar irgendwas? Wie geht's dir? Und wie es es gibt. Oh. Perfekt. Da würde ich fast sagen, die Powerfähigkeit. Irgendwie. Du mal nur zusammensetzen. Nur, nur mal ja zusammensetzen. Ja, sicher. Kannst den machen. Bam, 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 bam. Verbesserte passive Kühlung. Alles klar. Wo ist Palette? Ist ja super. Geht eh nix mehr. Ist schon wieder auch eine Palette. Ist schon wieder auch eine Palette. 그러니까. Eincheregtzer. Im-m um Land und zwar diese luggage. Ja.